Von hier sieht es eigentlich so aus, als wären es auch ein paar mehr als 500, das finde ich auch sehr gut. Dazu noch an so einem schönen Ort hier draußen im deutsch-französischen Garten. Wir haben für euch ein tolles Programm zusammengestellt, aus Klassikern der Schlagzeugliteratur, zusammen mit neuen Stücken und unseren eigenen Kompositionen. Es ging los mit einem kleinen Trommelsolo und dann dem Prelude des Safri-Duos. Das Safri-Duo, das ist ein dänisches Percussion-Trio, die hatten auch mit Played Alive mal einen Italiener... Charted. Weiter geht es jetzt mit Thorsten, Fedor, Johannes und Dominik mit dem MAD-Quartett. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...